sehr nice wie wir aussehen die wachen sind verbündete wenn es tote gibt muss ich die mission abbrechen alter ohne spaß jeder sieht am besten irgendwie aus ich liebe sowieso lila keine ahnung hier schon eine geile farbe jetzt haben wir auf jeden fall auch unsere geile brille wieder ist doch schon mal viel viel besser so jetzt kann ich auch hier den schalter benutzen wahrscheinlich wegen unserer geilen rüstung geht es hier lang ja hier geht es weiter gegner ist hier gar nichts was haben wir denn jetzt eigentlich für eine waffe noch mal ausgerüstert ach du kagge das ist natürlich nicht optimal würde ich mal sagen das sind drei wir haben in unser haftstockgerät armbrustteil da drei pfeile drinnen wirklich sehr schön wenn ich eine pistole wir haben pistolen auch wir haben auch das haben war taschenlampe gut taschenlampe ist nicht mehr dran ich weiß überhaupt nicht hier wie ich vorgehen sondern ist mal wieder echt richtiger shit hier oh danke sam dass du den so rüber schmeißt einfach das war echt schön das war so schön legt dich mal schlafen dass der andere typ das nicht gehört hat irgendwie die ganzen elektro schocks oder war gerade whatsapp hallo whatsapp hallo whatsapp du alte kacksau was denn so scheiß whatsapp hat mich ein bisschen erschrocken muss ich alles sagen auf einmal leuchtet mein handy da wie weiß ich weiß ich nicht was und noch mal ich bin jetzt ein fischer ich kann hier helligkeit licht nicht aushalten hier genau da wäre noch so ein geiler kollege wie kriegen wir denn den ran hier diese fleischwurst wenn wir einmal alarm raushauen dann ist die luci ab von wegen alarm alarm sei schon alarm ist dann auf jeden fall auch aber hunde und so natürlich nicht so geil ist schwer verletzt aber er atmet ja finde ich auch ganz deiner meinung kollege er schwer verletzt aber er atmet oh ja das tut er wohl immer darüber und sorgt man ganz schnell die leichen hier damit mir hier keiner auf die eier gehen kann reicht schon glaube ich nicht sehr gut versteckt ich weiß aber hey es reicht hier ist ja eh keiner mehr glaube ich von daher war das eh total für den arsch so was hätten wir denn hier so schön dass okay ganz viel dicht wie immer sehr schön hier kann man scheinbar rein er kann man auch da sind auch noch ein paar gegner gibt es hier denn noch irgendwie so einen anderen weg oh guck mal hier guck mal hier das ist ja sehr schön ist der denn gut der weg oder ist der scheiße ich weiß es nicht sieht mich hier jemand nein scheinbar nicht das ist natürlich sehr gut ah da kann man drunter was 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 ich habe einen kleinen bug gerade entdeckt habt ihr gesehen ja da lustig ha 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 lustig 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 tralalalala ah schade hm 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 können wir den anderen markieren den sehen wir noch gar nicht der ist noch am arsch der welt irgendwie wie wenn ich meiner ich meine aber ich habe hier die ich habe eine aber ich habe wark mit ein was nein keine lust auch bitte lass mich davor gespeichert haben Genau davor. Oh, perfekt. Genau in der Lage. Alle drinnen. Ja, schöne Scheiße. Das war echt scheiße von mir, ey. Das hätte ich echt besser machen können. Naja. Scheiße. Kommt man denn da hoch? Können wir rüberspringen, ja? Geht irgendwie nicht. Oh, das ist aber mies. Jetzt dreht der sich so schnell um. Eigentlich würde der hier da vordere immer schneller sich bewegen, aber jetzt dreht der sofort um. Finde ich nicht cool. Muss ich ehrlich mal zugeben. Warte mal kurz. Vielleicht habe ich ja das Glück, dass der Typ vielleicht direkt hierher kommt. Dass ich denn einen geilen Tod von oben aussche... Ja. Ja, das ist natürlich sehr scheiße. Was machst du denn? Wohin gehst du? Finde ich nicht so okay, was du hier machst. Deinen Weg hier. Deine Laufrichtung. Gefällt mir mal nicht so sehr hier. Kollege. Muss ich ja mal ehrlich zugeben, ne? Gibt es scheinbar einen ganz harter hier. Einen ganz harter Hund. Aber nicht mit mir! So. Arschloch. Hast du davon. Huh. Oh. Schöne Musik. Gute Nacht. Dabei lässt sich bestimmt gut schlafen. Hehehe. Was? Da kann man hochklettern. Cool. Wusste ich gar nicht. Wäre dann natürlich noch leichter gewesen, den auszuschalten. Aber naja. Wayne. Das ist ja eigentlich noch jemand irgendwie. Scheinbar nicht. Was macht er jetzt so, Kollege? Was macht er? Was macht er? Was macht er? Schilder jetzt da einfach. Runder. Scheinbar. Aber wir machen lieber nichts. Wir warten erstmal ganz kurz noch. Einfach mal kurz warten. Noch ein bisschen chillen. Vielleicht kommt er jetzt zu uns. Jetzt ist er da. Okay. Hallo. Na du? Die sind in die Fresse getreten. Ja, Mann. So muss das sein. Ui. Na du. Alter, hau den. Was machst du denn da? Spielst du mit deiner Waffe rum? Oh ja, du hast den geilsten, dicken Löwe, ne? Oh ja, mit deiner geilen, dicken Waffe. Er fühlt sich echt wie Batman. Keine Ahnung. Da vorne ist irgendetwas. Finde ich nicht cool. Finde ich nicht cool. Oh ja. Perfekt. Keine Ahnung. Oh, dieses Lila, ey. Oh, Alter. Das macht mich heiß. So, hier ist ja eh kein Schwanz. Laut meines Radars und laut meiner geilen Sonar fucking Scheiß. Alter. Du Scheißhund, du. Geh mir nicht auf die Eier. Kann ich den vielleicht irgendwie aus den Stoff... Naja. Wäre natürlich richtig geil. Wenn dat gehen würde. Dat wäre richtig geil. Wo ist denn jetzt eigentlich dieser Scheißköder? Ich dachte, der Köder kommt nur, wenn ich hier Alarm raushau. Aber nein, der ist ja auch schon da. Super. Sehr toll. Okay, der geht immer dahin und dahin. Und dann schalten wir den gleich aus, wenn er wieder herkommt. Die alte Kackwursti. Genau, so dachte ich es mir, dass der da hinkommt. Und dann machen wir einfach mal den hier. So, zack. Kein Problem. Genau. Sag nichts. Ja, mhm. Nimm den Schwanz aus dem Mund. So. Gute Nacht. Da. So hätten wir das ja geklärt. Da ist einer. Lalalala. Ja. Ah. Wie ist ein Laufweg hier von den Kollegen, ja. Oder von ist ja noch einer. Ich wollte den schon locker hier gleich erledigen, aber... Aha. Der Russ wird, glaube ich, nicht so wirklich was. Scheiß auf die ganzen Gegner. Da ist ein schwererer Rüst. Hallo. Boah, ich dachte schon, der sieht mich hier gleich, ey. Boah, tschau, tschau, tschau. Bleibt er jetzt da wirklich zehn Stunden da einfach stehen? Am gleichen Ort? Ne, macht er nicht. Dort macht er nicht. Wo ist der denn jetzt hin? Steht er nicht mehr. Den alten Hau gegen den. Was macht der jetzt hier? So eine Scheiße, ey. Ich frage mich, ob es wirklich jetzt mehr Punkte gibt, wenn ich die ganzen Gegner gar nicht ausschalte. Dann kommt er immer von wegen drei, vier, fünf, sechs Gegner nicht eliminiert. Und dann gibt es ja Bonuspunkte. Und das sind, glaube ich, dann mehr Punkte, wenn ich halt keinen erledige. Glaube schon. Ah, Mama. Du versaust mir die Scheiße hier nicht, Kollege. Das versaust du mir nicht. Versaust. Oh, guck mal hier. Geheim, geheim, geheim Gang. Und so weiter und so fort. Hab ich entdeckt. Lustig, lustig. Tralalala. Mach hin, Sam. Dreh dich nicht um. Seh nicht die Leiche. Bleib chillig. Bleib auf deiner Erde. Bleib auf deiner Erde. Ich mach das einfach mal schnell. Entfall, der hier noch die Leiche sieht und keine Ahnung, was denn los ist. Das will ich gar nicht wissen. Das muss ich da lang. Okay. So. Geht zu Camp X-Ray. Bist fast zu Hause. Dann sag ich doch hier. Gegner nicht eliminiert. Was habe ich gesagt? Genau das. Ich warte mal ganz kurz. Was der jetzt hier gleich macht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt zu denen laufe, dass er mich gleich sieht irgendwie. Das Ena, das. Ach, den brauche ich gar nicht anvisieren. Ich dachte schon, da hängt mal ein Typ oder so. Aber das ist eine Flagge, ey. Ich wollte schon sagen, WTF. Was geht denn da? So, was macht er jetzt? Jetzt geht er wahrscheinlich da und ein Sniper. Der mich da sieht, ist wirklich eine Frage. Wie der andere Sniper mich gar nicht hier sieht, ey. Irgendwie schon ein bisschen unlogisch, finde ich. Aber ne, soll mich eine Störner? Ist ja alles im grünen Bereich.